Ich bin gestern nach ausführlichen Telefonaten Mitglied bei der Gemeinwohl-Lobby geworden, die wohl bald 7.000 Mitglieder haben wird. Ist das eine echte Chance? Ich hoffe doch sehr. Die Next Scientists sind somit jetzt also auch dabei, die haben auch über, selbst bei denen ist es ein Stichwort, Rat der Weisen in ihrem Konzept, ja, und unser Weltrat hieß ja ursprünglich auch Rat der Weisen. Das passt ja dann eigentlich als Idee und am Freitag ist wohl ein Zoom-Talk für die Mitglieder. Ja, wer da guten Willens ist und konstruktivtiv ist, sollte dann also da ruhig einfach Mitglied werden. Ja, was haben wir noch? Man sieht, auch an einer Sendung habe ich das gesehen hier im Internetfernsehen, dass der Aberglaube an ein engelsgleiches Gesundheitswesen, überhaupt an den, dass der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus ein engelgleiches System sei. Total selbstlos, total menschenfreundlich und so weiter. Dieser Aberglaube scheint unendlich stark zu sein, aber besonders der Aberglaube an unser engelgleiches Gesundheitswesen. Ja, und das Problem ist halt wirklich, dass also wirklich Millionen von Menschen reingefallen sind auf die Werbung, übrigens hier unten an dem rundlichen Ding immer schneller drehen, die Wunschgeschwindigkeit einstellen generell. So schaut man Internetfernsehen in Wunschgeschwindigkeit. Ja, dass also ein großer Teil der Bevölkerung offensichtlich glaubt, es gebe nur den kooperativen Anteil. Alle würden die Wahrheit sagen, niemand würde sich irren, niemand würde vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, VIs, niemand würde mit kriminellen Lügen das Geschäft vergrößern, also und damit den antikooperativen Anteil darstellen. Das gäbe es alles nicht, sondern ja, und was ist das entscheidende Argument? Ja, dass man sich klar macht, ab der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung muss es den gewaltigen antikooperativen Anteil geben und die vorteilbringenden Irrtümer und sozusagen die Schädigung von uns durch das Gesundheitswesen. Weil hier der erste Früharzt und Frühhändler ist noch in der Wahrheit und sagt, lebt weiter euren naturbelassenen, immunstärkenden Lebensstil, dann braucht ihr mich im Prinzip kaum in jeder Hinsicht. Und dann kommt aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, musste es zwangsläufig zu dem ersten sich irrenden Früharzt und Frühhändler kommen, der glaubt, oh nein, euer naturbelassener Lebensstil ist völlig wertlos, ekelhaft, so viel Sex und Körperkontakt und so langes Stillen und so hört blöds auf, damit das macht euch krank und ihr könnt ruhig meine denaturierten künstlichen chemischen Nahrungsmittel kaufen, das sind genauso gesund, das spielt alles keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist es, dass es da so unsichtbare Dinger gibt, so Mikroorganismen, die sind die wahren Killer, die Viren, Bakterien, Pilze und so weiter, die sind die wahren Killer und da verkaufe ich euch was dagegen, ja, da verkaufen euch was, Antibiotika, Chemotherapien, Impfungen, Tests, Masken und, 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 Bestrahlung, Chemotherapien, was auch immer, Operationen und so weiter. Und nur so könnt ihr gesund leben. Vergesst euren früheren Lebensstil, der ist völlig uninteressant. Und ein naturbelassener Lebensstil spielt überhaupt keine Rolle und so weiter, ja. Denn diese, diese Ding, diese unsichtbaren, winzigen Dinger, die sind, die sind so mächtig und die machen uns alle krank, wenn wir nicht, jetzt, wenn ihr nicht meine Medizin kauft, ja. Und er glaubt das wirklich, seinen Irrtum, ja. Und dadurch kann der Wahrheitsorientierte, kann praktisch keine Kinder ernähren, weil er fast nichts verdient, ja. Und der sich irrende Früharzt und Frühhändler, der verkauft jetzt plötzlich seine Billignahrung und seine Medikamente und seine Behandlung und das brummt so richtig, das Geschäft, ja. Und er wird eben hier Vorfahre, hier von drei Enkelkindern, vier Urenkelkindern und der Vorfahre von Trosten, Wieler, Lauterbach, Aldi, Alnatura und Rewe und so weiter. Und hier wird er auch, dann findet er noch Azubis und dann wird da sogar eine Universitätsdisziplin aufgemacht, wo seine vorteilbringenden Irrtümer als angebliche Wahrheiten gelehrt werden. Ja, Universitäten als Quelle von Manipulation und Unwahrheit, ja. Und dann wird er auch auf diesem Wege Vorfahre von Trosten, Wieler, Lauterbachs und Aldis, Alnaturas und Rewe und so weiter. Und alles, die ganze Welt besteht nur noch aus vorteilbringenden Irrtümern, die uns durchmanipulieren, im Sinne von parasitären Memen, Killerviren des Geistes, durchmanipulieren. Und jetzt kommt es dann dazu, dass die Mehrheit der Menschen glaubt, ja, ach ja, unser Gesundheitswesen, das sind ja nur Engel tätig, das sind ja nur engelsgleiche Wesen tätig. Da geht es nicht um unser Bestes und um unser Geld, sondern da geht es ganz selbstlos darum, unsere Gesundheit zu fördern und Krankheiten zu verhindern, obwohl dadurch kein Mensch auch nur einen Cent verdienen kann, sondern es in Wirklichkeit kann man ja nur durch maximal große Zahlen an Operationen, Behandlung und so weiter richtig Geld verdienen. Und ja, und dieser Aberglaube an das engelsgleiche bedeutet, dass man so glaubt, ja, und auch die Intensivbetten, die werden ja überhaupt nicht leichtfertig belegt, einfach das Geld deswegen, weil es einfach unheimlich viel Geld bringt, wenn man die Intensivbetten mit lauter Leichtkranken vollmacht, ja. Aber, nee, das gibt es nicht, weil das sind ja alles Engel, das sind ja alles selbstlose Engel. Der Geld spielt ja überhaupt keine Rolle bei deren Entscheidung. Und das, so glauben die Menschen das wirklich, so glauben durchmanipulierte, die durchmanipulierte Masse der Menschheit glaubt das. Und das Gesundheitswesen hat dafür ja auch Milliarden Gelder ausgegeben, um diesen Aberglauben zu erzeugen, ja, und das ist gelungen. Ja, wir können nur versuchen, dagegen aufzuklären, dass eben leider es nicht so ist, dass der ganze Kapitalismus überwiegend aus antikooperativen Anteilen besteht und dass alle Sparten uns riesige Schäden zufügen und unser Leben ruinieren, um selber Profit zu machen, weil das System ein Systemfehler ist. Nicht nur ein Systemfehler hat, sondern eben, es fehlen eigentlich hier, es fehlen, wie hätte man von Anfang an diese Fehlentwicklung sofort stoppen können, nämlich die massenhafte Ausbreitung dieser vorteilbringenden Irrtümer, wie hätte man das sofort stoppen können, indem man diesem sich irrenden Früharzt und Frühhändler starke positive Anreize entgegengestellt hätte, nämlich, dass er nur dann Verdienstzuschüsse in irgendeiner Form und andere positive Anreize nur bekommen hätte, je gesünder sich die Menschen entwickeln, je langlebiger sich die Kunden entwickeln und je besser das Wohlfühlen ist. Also nur für nachgewiesene Verbesserung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit, wenn es nur dafür sofort vom ersten Tag an Verdienstzuschüsse gegeben hätte, wäre der hier sofort pleite gegangen, der mit den Wahrheiten wäre an die Stelle gerückt und hätte dann sozusagen, wäre dann der Vorfahre der modernen Medizinprofessoren geworden und so weiter. Und also quasi durch starke positive Anreize kann man, hätte man vor 400.000 Jahren das Aufkommen der vorteilbringenden Irrtümer und damit der Massenmanipulation verhindern können und damit hätte man das Drama verhindert. Ja und wie, dann wollte ich noch zeigen hier, wie sieht denn das hier aus, hier. Ich weiß nicht, Sie können es glaube ich sogar komplett sehen. Die sechs Machtbegrenzungskette, Demokratisierungskette, die sechs Kettenglieder der echten Basisdemokratie beinhalten also Volksentscheid-Wahlprogramme und Volksentscheide nach erfolgreicher Wahl. Also ja, sodass die Wählerinnen also wissen, man, die Vielfalt der Reformvorschläge wird nicht mehr runter reduziert und man kriegt dann so ein Friss- oder Stirb-Wahlprogramm vorgesetzt mit lauter unverdaulichen Elementen drin, sondern man weiß, man kann, wenn man diese Partei wählt, dann selber aus den unterschiedlichen Vorschlagsgruppen für Gesundheitsreform, Bildungsreform, Reforminnere Sicherheit, Ernährungssystemreform und so weiter kann man selber auswählen. Und ja, und dann die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme bedeutet, hätte dann zur Folge, darauf folgt sozusagen das sofortige Ende des Lobbyismus, das Einflusses der Konzerne auf die Politik. Die Politiker werden quasi gezwungen in den Dienst der Bürger. Gestern haben wir diskutiert mit der Gemeinwohllobby, so kurz andiskutiert, ist sozusagen der richtige Weg einfach, dass die, zum Beispiel die Bundes-, die Ministerpräsidenten der Bundesländer bewertet werden von den Wählern. Kann das der Wähler? Wie kann er bewerten? Er hat doch gar keine Bewertungsgrundlage, wäre so meine Überlegung. Während wenn man die vergleicht, die Entwicklung der Wohlfühlstimmen unter der Ägide eines Ministerpräsidenten, dann kann man eben die Wohlfühlstimmen der WählerInnen von Baden-Württemberg mit Bayern und Nordrhein-Westfalen vergleichen und kann dann gucken, wer da jeweils regiert und dann wissen die Wähler genau, welche Partei sie wählen können und welche nicht mehr, weil die einen verschlechtert das Wohlfühlen der WählerInnen und die andere verbessert es eher. Und dann haben die WählerInnen eine echte Entscheidungsgrundlage und das setzt alle Politiker sofort unter den Zugzwang, ausschließlich den WählerInnen zu dienen, sonst werden sie ihren Job innerhalb kürzester Zeit endgültig loswerden. Ja und dann die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, das bedeutet wieder das Grundprinzip Zeit sparen für die WählerInnen. Also nicht die WählerInnen, die haben viel zu arbeiten, die 45 Millionen Menschen, die überhaupt zur Wahl gehen, das sind meistens hart arbeitende Leute und die haben Besseres zu tun, als sich den ganzen Tag mit Politik zu beschäftigen und wollen das wohl auch nicht. Und die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, da wird man nur sozusagen alle 10, 20, 30 Jahre mal ausgewählt, da braucht man nur drei Stunden zu opfern und dann kann man dann sozusagen in einem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid zum Beispiel neue Kandidaten hochwählen, neue Kandidaten hochwählen. Ja, ich glaube, ich war bei den Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden. Eben dabei können die Themen festgelegt werden für die nächsten Volksentscheide, aber neue Idee, wir können die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide auch zur Beantwortung der Volksentscheide, also zur Durchführung der Volksentscheide auch benutzen und wenn das Ergebnis eindeutig genug ist, kann man das dann als gültige Wahl gelten lassen. Nur wenn sozusagen die Sache knapp ist, muss man es dann einem großen Volksentscheid überlassen. Ja, und dann die Medienreform, die Medien müssen werbefrei werden, 50% Stimmrecht für neue Mitarbeiter mit Gegenmeinungen. Daraus folgt, dass immer 50% der Redezeiten für die Gegenseiten vorgesehen sind, sein müssen. Und dadurch haben wir dann eine ausgewogene Berichterstattung und Vor- und Vormittags-, Nachmittags- und Abends-Sendungen, Übungsvorwahlen-Mini-Volksentscheide, da übt sich die Bevölkerung in demokratischer Praxis sozusagen. Und dann Eilentscheidungen kann man treffen auf Basis von simulierten, geheimen Volksentscheiden. Also auch diese Vorwahlen-Mini-Volksentscheide dann ebenso als kurze Schnellversion eines Meinungswahlforschungs- oder Meinungsforschungsinstitutes. Natürlich auch mit dem Ziel, möglichst eine repräsentative Wählerstichprobe zu nutzen. Und so kann man dann kurzfristig so den Wählerwillen versuchen zu erfassen. Und das kann man dann aber später dann natürlich nochmal bestätigen lassen, mindestens auf einem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid. Und dann die Reform der 5%-Hürde, keine Stimme geht mehr verloren, wird bei Nicht-Erreichen der 5%-Hürde einer festgelegten Partei zugerechnet oder aber abgezogen, muss noch zu Ende diskutiert werden. Also sozusagen das Prinzip muss sein, keine Stimme geht mehr verloren, denn sonst, warum soll jemand sonst eine Kleinpartei wählen, wenn er doch sich klar ist, dass eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass seine Stimme dann in den Müll geworfen wird und er damit eigentlich die Parteien, die er nicht unterstützen will, dann eigentlich indirekt dadurch unterstützt sozusagen. Ja, tschüssi, das war's. Bis dann. Ja, tschüssi, bis bald. Und dann kann hier oder... war's. Ja, tschüssi. Hier ist unser F instead. Genau.